Hey Amigo, Marty Schiefer hier. Ich zeige jetzt an meinen normalerweise nur Online-Poker Tisch hier, wo ich Online-Poker, wie das mit den Karten richtig auszuteilen geht. Ganz, ganz einfach hier. Du sitzt hier, hast das Karten gut gemischt, hast auf eine Cut-Karte gestellt. Wenn du nicht weißt, wie du richtig mischst oder was eine Cut-Karte ist, zieh dir einfach das Video zum Karten mischen von mir an. Bevor du die Karten austeilen darfst, musst du dafür sorgen, dass ein kleiner und großer Zwangsansatz Inputs sind. Das jeweils nach dir, der erste Spieler hat hier nach dir den kleinen Zwangsansatz, der zweite Spieler nach dir den großen Zwangsansatz. Also 5 Euro, 10 Euro. Sobald das gesetzt ist, darfst du die Pokerkarten beginnen auszuteilen. Du beginnst hier gleich nach dir mit einer Karte, jeweils nur eine Karte austeilen. Hier sind vier Spieler am Tisch und danach die zweite Karte. So, jetzt ist dieser Spieler hier dran. Wenn du nicht weißt, wer als erstes dran ist oder warum hier die Zwangsansätze gebürstet werden, dann zieh dir einfach das Video zum Pokerlernen an, damit du weißt, wie das hier richtig funktioniert. Sonst würde das hier den Rahmen sprengen. Dieser Spieler entscheidet sich, seine Hand wegzuwerfen. Deswegen, du bist verantwortlich, die Karten wegzuwerfen und auf den Ablagestapel sicher zu verwahren. Du entscheidest dich selber auch, deine Karten wegzuwerfen und spielst dich mit. Du verwahrst deine Karten auch sicher. Dieser Spieler entscheidet sich hier, insgesamt 20 Euro zu setzen. Die Spieler 2 geht hier mit. Jetzt ist es deine Aufgabe, die Pokerchips zu verwalten. Du schiebst sie zusammen zu einem Pott und beginnst jetzt in der Mitte die Karten aufzudecken. Dazu ist noch wichtig zu sagen, die erste Karte kommt weg. Warum kommt die weg, die jetzt aufgedeckt werden? Früher haben sie die Karten markiert. Sie haben hier eine Ecke umgeknickt, eine Ecke abgerissen. Oder sie hatten so spezielle Ringe, mit denen sie da was runterkratzen konnten. Sie haben sich dann gemerkt, hier oben die Ecke angekratzt, bedeutet Herzass. Mitten abgekratzt, bedeutet Bikass und so weiter. Deswegen wird diese Karte, die jeder sehen kann, wehgetan, damit niemand weiß, was jetzt als erstes kommt. Nachdem werden hier jetzt drei Karten aufgedeckt, mit der sie jetzt beginnen können, ihr Pokerchips zu vervollständigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020